In Israel blicken Politik und Medien gespannt auf den neuen ägyptischen Präsidenten. Der Tenor, Mohamed Morsi, habe sich als der neue starke Mann an der Spitze Ägyptens entpuppt, indem er die alte Militärführung des Landes entmachtete. Er habe sich zuvor in der vergangenen Woche aber auch schon als entscheidungsstarker Politiker gezeigt, indem er seine Truppen auf den Sinai schickte und mit aller Härte gegen Israel feindliche Terroristen vorging. Damit habe Morsi dem Nachbarn Israel Luft verschafft. Alex Fischmann, Kommentator der israelischen Zeitung Yediot Achronot, erwartet, dass sich die Zusammenarbeit des israelischen Militärs mit den ägyptischen Sicherheitskräften abkühlen werde. Aber beide Seiten hätten auch künftig ein gemeinsames Interesse, die illegale Herrschaft von radikalen Islamisten und Beduinenfürsten auf dem Sinai zu bekämpfen. Die Zeitung Haaretz sieht die Entlassung der alten militärischen Führung in Ägypten gar als Versuch, Mohamed Morsis einen zivilen Staat zu schaffen. Der neue Präsident wolle einen Staat, in dem die Regierung das Militär kontrolliert und nicht umgekehrt.